Die Antenne und ProHolz Steiermark präsentieren Woodstock, die Musik-Challenge für jedermann. Holz ist für jedermann und auch für jede Frau. Schreib zu Jedermann von Pizzerra und Jauss oder einem anderen Song einen neuen Text oder komponiere überhaupt eine völlig neue Holzhymne mit deinen Freunden, deinem Verein, deiner Schulklasse oder deiner Band. Lade deine Holzhymne jetzt auf Antenne.at hoch und gewinne Preise im Gesamtwert von 2500 Euro. Woodstock, die Musik-Challenge für jedermann. Jetzt lostexten, ansingen und hochladen. Auf Antenne.at die beste Holzhymne gewinnt. Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union.